ja eine wunderschöne guten abend und herzlich willkommen zu einem kleinen feinen info video meinerseits ich habe zwei sachen einmal ich habe eine neue switch seite weil ich kam in meinen alten switch seite nicht mehr rein ich werde euch jetzt hier im info video den link schicken bei youtube und dann würde mich freuen wenn wir uns dann sehen würden und zweite sache ich habe einen neuen computer gekauft wir kommen die nächsten tage an ein richtig gutes ding aber mehr dazu wenn wir uns da im zwischen dann sein dass ich ein bisschen zu dunkel bin aber ich habe überall schon nicht an wenn man hier noch mal nicht an ja ist doch schon besser wie gesagt ich habe eine neue switch seite würde mich freuen wenn wir sehen würden ein abo wenn es nur kommentar ein däumchen wenn träumchen bis morgen bis demnächst man sieht sich